Mysterium Leben Mysterium Evolution Doch die Antwort ist so einfach. Neues Leben beginnt streng nach Plan. In der Evolutionssteuerzentrale werden die Karten des Lebens neu gemischt. Wie jedes Kind weiß, sind die Störche für den Nahrungsverantwortlich. Diese weisen und besonnenen Geschöpfe überlegen und diskutieren jahrhundertelang, welche Rasse sie auf welchem Planeten gedeihen lassen wollen. Auch ein plötzlich auftretender Evolutionsalarm kann sie nicht aus der Ruhe bringen. Heute stehen drei außergewöhnliche Völker auf dem Plan. Drei Rassen, die sie unterschiedlicher nicht sein können, müssen auf drei verschiedenen Planeten ausgesetzt werden. Ohne Hast, mit professioneller Ruhe, nehmen die Störche ihre Arbeit auf. Jeder Handgriff sitzt und Fehler sind völlig ausgeschlossen. Pflichtbewusst gehen sie ihrer Arbeit nach und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wirklich nichts kann sie davon abhalten, ihren Auftrag gewissenhaft auszuführen. Auch technische Probleme werden in jedem Fall rasch behoben, sodass der Auftrag perfekt zu Ende gebracht werden kann. Jedes der drei Völker erhält die gleiche Chance, sich in Ruhe zu entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017